Happy Birthday, Panu Turma. Happy Birthday, Shitandra Turma. Happy Birthday, Nanhe Jadaf. Happy Birthday, Abdul Abdul Rahim Bet Yudhiyo. Happy Birthday, Irfan Ansari. Happy Birthday, Bekhar Ali. Happy Birthday, Mara Jihad. Symbolum. Und ich spiele heute mal wieder Free Fireworks mit BRGit Yishwa. Okay, wir sitzen hier im Flugzeug. Jetzt gleich geht's los und wir springen raus. Free. Battle Royale. Battle in Style. Jetzt geht's los. Habe ich eine Quest. Muss drei solche Dinge einsammeln. Okay, hier sind ja schon mal zwei. Hier ist einer links, da hinten mal der andere. Ich probiere die Quest zu machen. Ich hoffe es sind nicht allzu viele Spieler da. Also ich hoffe es sind mehr KI Spieler. Okay, dann müssen wir schnell darüber laufen. Gibt's ein Fahrzeug? Das ist eine Waffe. Keine Waffe. Oh ne Waffe? Oh ne Waffe? Tja, da ist ein Fahrzeug. Ich nehmen wir erst einmal hier ins Haus rein. Ah, ne Schrotflinte. 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 Einmal kurz reparieren, nachladen und das war schon. Schrotflinte. Ein bisschen weggefallen. Okay, das ist die zweite. Oh, hier war ein Spieler, oder? Die ist gut. Weiter mal. Gar nicht. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei. Die beiden haben wir. Okay, das war. Schrotz mal ein Trick. Wie war? Wie war? Das war mal. Das ist doch ein Bursch und kein Zaun. Ich muss doch da oben alles Ok, gleich haben wir die Quest fertig Hier die Krillwaffe Der hier Und da sind wir auch schon Ist fertig Schnell hier mitfahren Let's go Gut, war gleich schon oben Aber ist das auf jeden Fall ein Spieler noch hier an Bord? Es sind nur noch 15 Also 15 Gegner da Also 15 Gegner da Computer werden sich normalerweise erst Jetzt gleich abschieben Also schießen sie sich schon die ganze Zeit ab Aber normal nicht so viel Ich putze ihn auf Ich muss nicht A was gibt es da? da muss ich runterlaufen oh das war das hätte ich nicht gedacht das ist nicht das 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 so zwei gewehre ausgetauscht das ist Thomas Was ist denn da? Wie heißt die? Thomas? Thompson Nein Da So Was ist das? Oh, jetzt kommt ein episches Fahrzeug Was ist das? Okay Dann brauche ich jetzt Am besten so eine Kiste vom Flugzeug So 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 Oh, da ist eine Riss. Wir werden hier hochgehen. Da oben sind alle mal ringsherum gucken. Wo so eine Kiste abgeworfen ist. Wir sind ganz hinten, aber das ist schon außerhalb des Bereiches. Das bringt uns nicht weiter. Wir haben schon gesagt. Wir haben einen Shop runtergeschmissen. Wir haben einen Shop runtergeschmissen. Wir haben einen Shop. Wir haben einen Shop runtergeschmissen. Wir haben einen Shop. Wir haben einen Shop runtergeschmissen. 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 mpc hat mich da umgeschießt na gut dann würde ich mal sagen das war's für heute ich wünsche euch einen schönen Tag und ja bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss